Kennst du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den du erlebt hast, der dazu führt, dass du dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem du begreifst, dass du dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Der Podcast von dQuarks, der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Jutta Rump, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen und Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability. Im Prinzip sind wir doch gerade im Durchlauferhitzer des Lernens. In dem größten Experimentierfeld, was wir in der Tat seit Jahrzehnten hatten. Und wir alle lernen doch wirklich eigentlich ziemlich gut, was das und reflektieren das auch. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Und wenn man das mal so betrachtet, neben allem wirklich Schlimmen, was mit dem Virus einhergeht, wirklich. Aber ist das natürlich auch eine Chance, dass wir so von jetzt auf gleich in einen solchen Lernboost, in ein solches Lernfeld hineingeschossen worden sind. Ich habe ehrlich gesagt, hoffe einfach, dass wir so klug sind, jetzt diese Transformation, die wir mittels quasi dieses Ereignisses von Corona in Gang setzen. Ob das nun eine digitale Transformation ist, ob das eine ökonomische Transformation ist, dass wir Arbeitswelten neu denken, dass wir quasi huckepack das Thema ökologische Transformation mitnehmen. Ich meine, wenn wir eh anfangen, in einem zum Beispiel wirtschaftlichen Kontext alles neu zu denken oder zumindest große Schritte zu machen, bestimmte Veränderungen anzustreben, dann kann man jetzt auch das Thema der Nachhaltigkeit mitnehmen. Den Moment der Wahrheit gibt es bei Dequarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.